so ripsil superbonus für ladislav wenn das auch noch zahlt also dann re-trigger am ersten noch keine katze dritte und fünfte ist nicht so gut sehr geil jetzt glückwunsch noch mal es wird die anzahl der spins die wir schon hatten bisher es ist hier wirklich arg dünn mit zwei katzen auf 3 und 5 ich bräuchte mal vorne eine wahnsinn dieser bonus ist wirklich der wahnsinn ach rips city noch ein re-trigger zwölf extra spiele haben wir mittlerweile jetzt haben wir die dritte zwei spins noch kein multi oh es wird nochmal eng der reich der reich das gibt's net rips city superbonus und sein quentin zahlen zwei eine halbe das gibt's nicht über 600 x das gibt's net mit 22 spins oder wo ist der kind verarscht mich oder hoch auf das hoch auf das mach mal sofort mach mal sofort mach mal so ich schlafe gut mein lieber schon da warst ab jetzt könnt ihr uns rausschmeißen mhm gut ja das sieht schon deutlich besser aus ja 13 13 ist nicht schlecht oh das sieht gut aus oh warum nur auf dem euro so ein bonus also noch nie 17 walds gehabt junge junge alter was ist das denn für ein bonus alter schwede halber max mein bester on stream bei wanted 6400 x junge jetzt gambeln wir cool genau das passiert wenn man gambelt genau das passiert wenn man gambelt vielen lieben dank nochmal für den guten vorschlag das war ein klassiker gambelt war super kauf 1 diesmal schaffen wir es ja jetzt läuft er gar nicht schlecht oh das radio wäre mal gut gewesen haben plus jawohl rollschuh 27 zahlt er mittlerweile schon auf dem auf dem multi jawohl jawohl 560 radio auf 2 radio auf 2 oh jetzt kann es aber losgehen hier jawohl jeder treffer ist jetzt richtig wichtig yes löwe 700 euro ein weg wir kommen auf 100x freunde jetzt aufgepasst bam bruder bitte connect jetzt noch einmal ja weiter geht's kauf 3 nein bitte 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 ja noch nie gehabt noch nie bitte connecte yes jetzt geht's ab jetzt geht's ab 1000 euro 10 auf die 1 yes yes beast mode k auf die 1 bitte k oh yes bitte das k das k oh das k das k das k baby komm noch ein hit yes komm die 10 die 10 oder die handel die handel auf 2 radio auf 1 nein vorbei alter was war das denn für ein bonus 17k yes yes ohne 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 gamble ohne gamble bodenlos sehr geiler gewinnt auf jeden fall marvin sehr sehr geil ich würde auch gerne mal nur bis 28k gewinnen vielleicht jetzt auf einem 4er krass alter dicker dicker glückwunsch von mir das ist echt mega geil im raw cash noch oder im bonus geld marvin warst du noch in deinem raw cash drin oder ich hoffe der kollege kriegt ein bisschen was bei chance düsenliga kannst du da auf jeden fall mal rüberschieben an den kollegen ja es könnte schon irgendwie noch was werden hier der bonus profit oh interessant interessant der bonus oh mr anubis hallöchen halli hallöchen so grüner ball auf die mitte oh bitte kugel auf die mitte ja kugel auf die mitte bitte 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 kugel in die mitte rein nein nein vorbei trotzdem schönes freispiel schön bruder die wollen nicht für eine jacht 5 mille haben bonus ist da haben wir einen dachschaden 5000 am tag zeig her zeig ich gleich hä waren drei skater ja na gut wenn man vier braucht dann bringt ja drei nicht ganz so viel mein schatz das könnte aber was zahlen oh das ist ein guter tampel oh keine x-bomber aber der ist trotzdem gut guck mal bumm drei mille auf geht's da schallern die 500 x rein und ich rede nicht über die jacht hier da können wir uns jetzt die jacht ausleihen für die drei mille eine kleine vielleicht eine kleine sehr stark